WOMUKLIK Liebe WOMUKLIK-Freunde, ich stehe jetzt hier vor einem Dickhäuter. Es ist ein Elefant. Allen für sich sind die in Afrika zu Hause. Wir haben aber einen jetzt hier in Düsseldorf an der Messe am Katargo-Stand. Ich kann euch aber eine kleine Geschichte erzählen. Mein Freund, der nimmt seinen Klappstuhl. Der ist öfter und setzt sich vor sein Wohnmobil und schaut diesen Dickhäutern zu. Und zwar ist er meistens in Nanibia und schießt dann schöne Fotos, trätselt uns mit den schönen Landschaften und eben diesen grossen Tieren. Neben mir ist er, den kennen wir ja schon aus anderen Filmen. Ja, das stimmt. Andreas, erzähl. Warum genau haben wir einen Elefanten hier auf dem Stand? Genau, wir haben den Elefanten hier auf dem Stand, also erstmal wir haben den nicht aus Namibia mitgebracht. Der ist natürlich nicht echt, dieser Elefant. Aber dieser Elefant soll halt demonstrieren, wie enorm tragfähig unsere Karosserien sind. Was wir damit symbolisieren wollen, ist halt die Festigkeit und die Stärke der Außenhaut, des GfK-Dachs und auch der einzelnen Verstreifung, die wir da einbringen. Stellt euch einfach vor, das soll das Dach unseres Fahrzeugs symbolisieren. Das ist auch der Originalwerkstoff, auf dem das Dach gefertigt ist. Hier sehen wir die GfK-Haut, die eben unsere Fahrzeuge hagelschutzsicher machen. Und hier das symbolisiert die Seitenwand. Man sieht genau, wenn man auf die Seitenwand jetzt schaut, dass das halt eben nicht einfach gerade gefertigt ist, sondern dass hier oben das in einem sehr aufwändigen Verfahren so eingeknickt wird. Wir wollen halt damit einfach Stabilität in die Seitenwand hineinbringen. Ähnlich, als wenn man ein Blatt Papier in die Luft halten möchte. Das kippt um, mache ich eine Falte rein, dann hält es. Und aufgrund dessen machen wir halt so eine Falte rein. Das reicht uns aber noch nicht. Wir bringen zur weiteren Stabilität bringen wir diesen Tragholm hier ein. Dieser Tragholm wird hier eingebracht und wird formschlüssig in der gesamten Länge des Fahrzeugs verklebt und parallel dazu auch vernietet. Dadurch erreichen wir, dass wir über die gesamte Fläche eben ordentlich unsere Kräfte ableiten können. Der Druck, der auf unserem Dach entsteht, wird über dieses Trapez halt in die Seitenwand abgeleitet und dadurch sind unsere Dächer enorm tragfest. Das ist das eine, was wir mit dem Elefanten symbolisieren wollen. Des Weiteren haben wir über diesen Tragholm eine enorme passive Sicherheit. Bei einem Unfall beispielsweise verhindert dieser Tragholm, dass die Karosserie sich komplett zusammenstaucht und so bleibt halt eben unsere Fahrgastzelle extrem stabil. Nicht nur unser Dach ist mit einer GFK Beschichtung ausgestattet, sondern auch unser Unterboden hat GFK. Warum brauchen wir einen Unterboden mit GFK? Unten hagelt es ja für gewöhnlich nicht so häufig, um ganz einfach hinzugehen. Steinchen, die sich im Fahrzeugprofil, also im Reifenprofil fett setzen und aufgeschleudert werden durch die Zentrifugalkraft, können unseren Unterboden nicht beschädigen und das Alu halt dementsprechend aufschlagen und so kann auch keine Feuchtigkeit in unseren Unterboden hinein gelangen. Des Weiteren haben wir einen komplett holzfreien Aufbau. Man könnte unsere Werkstoffe, der Dächer, Bodenwände oder Seitenwände ins Wasser eintauchen und sie wieder nach einer gewissen Zeit herausnehmen. Sie würden überhaupt gar keine Feuchtigkeit aufnehmen. Sie sind komplett verrottungsfrei. Jetzt noch eine Frage von einem Wohnmobilisten. Warum braucht es dann noch die Dichtigkeitsprüfung? Naja, die Dichtigkeitsprüfung. Ein Fahrzeug hat ja nicht nur Bodenplatten und Dächer. Sondern es werden ja auch einige Aufbauten gemacht, Dachluken werden eingebaut, Fenster gibt es in Fahrzeugen und da sind halt auch wieder Dichtmaterialien, die eine Rolle spielen. Um zu schauen, dass diese Dichtmaterialien dementsprechend auch noch ordentlich arbeiten, machen wir einmal im Jahr eine Dichtheitsprüfung und wir geben auf unsere Produkte bis zum C-Line eine sechsjährige Dichtheitsgarantie. Die ist optional verlängerbar auf zehn Jahre. Und ab dem E-Line haben wir zehn Jahre Dichtheitsgarantie, serienmäßig. Dichtmaterialien 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 Dichtmaterialien